Dein Ex, Deine Ex hat Dich verlassen und Du wünschst Dir nichts Sehnlicheres, als sie oder ihn wieder zurück an Deine Seite zu gewinnen. Und Du hast schon so viele Dinge ausprobiert, Dir hast Du schon Tipps durchgelesen, Du hast schon Veränderungen vollzogen und Du hast schon so viele Dinge aus dem Internet ausprobiert und bist einfach nicht weitergekommen. Und genau deswegen verraten wir Dir heute 6 Kommunikationstricks, die Deinen Ex oder Deine Ex wieder zurück an Deine Seite ziehen werden. Dein Weg raus aus Beziehungskrise, Trennung und Liebeskummer. Zurück ins Beziehungsglück. Ralf, warum sprechen wir über das Thema? Kommunikation findet immer statt. Auch wenn Du nichts sagst, findet Kommunikation statt. Wir können nicht nichts sagen. Paul Watzlawick. Und das ist so, so wichtig. Also Kommunikation bestimmt und die Qualität unserer Beziehung. Und deswegen ist es so wichtig, dass Du auch mit Deiner Ex oder Deinem Ex auf einem guten Niveau kommunizierst, weil das ist die Basis, die Basis Eurer gemeinsamen Zukunft. Und deswegen ist es so wichtig, denn es geht hier nicht um nur das Gespräch, sondern es geht um das, was Kommunikation bei Euch macht, nämlich eine gute Beziehung. Genau darum geht's. Danke, lieber Ralf. Was ist denn der erste Tipp, den Du mitgebracht hast? Weißt du, es scheitert ja bei den meisten daran, dass sie das Gefühl haben, der andere hört nicht richtig zu. Kennst du bestimmt auch, dass der andere nicht richtig zuhört. Also eins der wichtigsten Merkmale einer guten Kommunikation ist natürlich das aktive Zuhören. Was meint aktives Zuhören? Aktives Zuhören bedeutet, ich richte auch die Aufmerksamkeit auf den anderen. Ich bin dabei. Ich meine nicht nur körperlich dabei, sondern auch geistig dabei, wenn mit Dir gesprochen wird. Das heißt, Blickkontakt halten. Das heißt, vielleicht auch hinterfragen, was wird denn da gerade gesagt? Und ein ganz wichtiger Punkt, das nennt man so Paraphrisieren. Das heißt, ich wiederhole mal mit eigenen Worten, was da gesagt wurde. Das gibt nämlich dem Erzähler, dem Gegenüber, ganz klar die Sicherheit. Hey, weißt du was? Da ist er bei mir. Der redet wirklich ernsthaft mit mir. Ich merke, da ist Interesse von der anderen Seite. Hast du mal ein Beispiel, wie man so paraphrasieren könnte, also wenn jetzt eine Kommunikation zwischen zwei Menschen stattfindet, wie das wirklich funktioniert? Ja, und zwar zum Beispiel, dass er und sie sind im Gespräch und sie sagt, weißt du, und dann habe ich mich so richtig geärgert, als er da hinten hinter mir gehupt hat, du. Und jetzt sagt er, weißt du, ich kann das gut nachvollziehen, dass der es dich richtig geärgert hat, wenn hinter dir auf einmal einer steht und hupt. Und damit hat er nochmal mit eigenen Worten wiederholt, was sie nämlich vorher gesagt hat, das hat mich geärgert, der hat hinter mir zum Beispiel gehupt. Ja, danke. Das ist ein richtig cooler Tipp. Was ist denn der zweite, den du mitgebracht hast für heute? Der zweite wichtige Tipp, und der ist, wie der Name das schon sagt, wichtiger Tipp, das ist das Thema der Selbstreflexion. Wie oft passiert es dir? Hör ich mal genau hin. Wie oft hörst du vielleicht auch, dass andere schuld sind? Ich konnte ja nichts dafür. Die Umstände, die Dinge, die anderen Personen. Und ich kann dir eins sagen, es hat immer auch was mit dir zu tun. Und Dinge passieren uns aus bestimmten Gründen, aber wir haben immer etwas dazu beigetragen, um in die Selbstreflexion zu gehen. Was habe ich vielleicht falsch gemacht? Was hätte ich besser machen können? Was werde ich in Zukunft anders machen? Das ist ein Signal dafür, dass du Verantwortung für das übernimmst, was gerade passiert ist. Du schiebst es nicht weg, sondern du gehst wirklich hin und sagst, weißt du, ja, wenn ich heute darüber nachdenke, ich habe damals oft die Gespräche, die Gespräche über unsere Beziehung nicht richtig wahrhaben wollen. Ich habe mich davor gedrückt, weil ich Angst hatte, das Falsche zu tun. Das ist Selbstreflexion. Das ist Verantwortung übernehmen für das, was ist. Und ich habe echt was daraus gelernt, weil heute weiß ich, dass mich dieses Verhalten, meine Liebste, meine Beziehung, mein Wertvollstes gekostet hat. Und ich werde in Zukunft anders mit den Dingen umgehen. Ich werde in Zukunft über das reden, was mich bewegt. Das ist Selbstreflexion. Und wenn ich für mich selbst reflektiert habe, soll ich auch in der Kommunikation mit meinem Ex zeigen, dass ich mich selbst reflektiert habe? Weißt du, am besten zeigst du das natürlich. Ja, klar, zeig das. Und wie zeigst du es? Indem du nicht sagst, du, ich habe mich jetzt reflektiert, sondern indem du in Kommunikation einfach auch selbstreflektorisch bist. Ganz einfach, weil es dein neues Naturell ist, weil du das als festen Bestandteil bei dir hast. Du weißt, aber ich habe schon mitgekriegt, dass das passiert. Ich bin auf der Straße angehoben worden, aber du, ja, ich war auch blöd von mir. Ohne zu blinken bin ich einfach rechts rangefahren, hat die hinter mir irritiert. Kann ich beim nächsten Mal besser machen? Das ist Selbstreflexion. Was habe ich dazu beigetragen? Und das in Alltagssituationen, ganz normal im Gespräch, ist mehr wert, als zu sagen, ich werde mich ändern. Nicht reden, machen. Das ist wichtig. Änder es und du wirst sehen, das hat große Wirkung. Ja, mega. Dankeschön. Das war ein guter Tipp. Was ist denn der dritte Kommunikationstrick, den du mitgebracht hast? Weißt du, die innere Haltung, deine Einstellung zum Gespräch ist natürlich entscheidend dafür, was passiert am Ende. Du kennst das. Du kennst das. Du gehst ins Gespräch und du hast bestimmte Erwartungen. Du erzählst etwas und erwartest jetzt, dass sie oder er vielleicht darauf anspringt. Ja, ich mache ein Beispiel. Sie unterhält sich mit ihm und sagt, Mensch, da gibt es ja diesen neuen Film im Kino. Und, ach, den würde ich mir ja gerne angucken, aber meine beste Freundin hat halt einfach keine Zeit. Naja, schade eigentlich. Und was ist die Erwartung im Hintergrund? Sag endlich, dass du mit mir gehst. Komm, sag es mir. Sag mir, biete es mir an. Und jetzt kommt aber nichts. Merkst du schon? Ja, das macht dich innerlich natürlich ganz wuschig, weil du die Erwartung hattest, dass jetzt er zum Beispiel darauf anspringt und sagt, na gut, dann lass uns doch gemeinsam gehen. Und damit bist du nicht mehr frei von Erwartungen. Das heißt, das Gespräch wird jetzt stocken, die Kommunikation wird jetzt einfrieren, sie wird unangenehm und du merkst sofort, der andere blockt. Also geh ohne Erwartungen rein. Ja, und wenn du Erwartungen hast, sprich sie einfach aus. Du weißt was. Und ich hatte mir gedacht, vielleicht, vielleicht gehen wir zusammen. Ist besser, als eine unausgesprochene Erwartung in den Raum zu stellen. Danke, das ist auch super wichtig. Ich glaube, langsam sollte ich mir Stifte und Zettel rausholen. Damit ich mir die ganzen Tipps auch wirklich merken kann. Was ist denn der vierte Trick, den du dabei hast? Weißt du, es gibt dieses Buch, Männer kommen vom Mars, Frauen kommen von der Venus. Und es geht darum in diesem Buch, dass Mann und Frau mit bestimmten Dingen, mit vielen Dingen nicht immer gleich umgehen. Dass sie in sich andere Arten haben, die Dinge anzupacken. Ich nehme das einfach mal dahin und sage dir Folgendes. Weißt du, es gibt manche, viele Frauen, es gibt auch Männer, die wollen erst mal nur über Dinge reden. Und es hilft ihnen schon mal, über die Dinge gesprochen zu haben, um einen anderen Angang damit zu finden. Und jetzt gibt es viele Männer, aber auch Frauen, die sind sofort in der Lösungsorientierung. Du erzählst ja mal, ich kenne das ganz gerne, ich muss auch immer wieder aufpassen. Meine Partnerin erzählt auch, das ist in der Firma passiert und dann haben die so reagiert. Und ich muss mir manchmal auch auf die Zunge beißen, zu sagen, ja, du könntest ja in der Situation dann so, so oder so reagieren. Mal einfach was im Raum stehen lassen, ohne sofort nach einer Lösung zu suchen. Das ist eine der größten Herausforderungen für viele Menschen. Und gleichzeitig ist es etwas, was euch in der Kommunikation enorm weiterbringt. Denn ein ungebetener Ratschlag ist auch ein Schlag, wie man so schön sagt. Das heißt, wenn mich niemand nach meiner Meinung fragt, wie würdest du damit umgehen, ich aber schon eine Lösung auf den Tisch lege, nehme ich, nimmst du nämlich, damit nimmst du deinem Gegenüber die Möglichkeit, eine eigene Lösung zu finden. Und du gibst sozusagen einen Ratschlag, der noch nicht ganz gefragt wurde. Also lass mal ein Thema einfach in den Raum liegen. Leg es auf den Tisch und dann könnt ihr ja beide drauf gucken. Und was glaubst du, was machen wir da jetzt raus? Wie könntest du denn jetzt damit umgehen? Und damit bist du schon wieder einen ganz, ganz großen Schritt in der Kommunikation weiter. Einfach mal stehen lassen. Ja, das ist eine große Herausforderung. Das trifft ja nicht nur bei Ex zurück zu, sondern auch in funktionierenden Beziehungen, wie du das von dir selber schon beschrieben hast. Ich kenne das von mir auch. Das ist die größte Herausforderung, dass ich immer eine Lösung für alles haben möchte und die Frau doch manchmal einfach nur erzählen möchte, wie es war. Was ist denn der fünfte Kommunikationstrick, den du dabei hast? Kennst du die Situation, du triffst dich mit deinem Ex oder deiner Ex und am Anfang ist es noch irgendwie so ein entspanntes Hallo? Ach, und dann geht es los. Ja, weißt du, das war doch mit uns. Warum ist das nicht mehr so? Ich vermisse dich ja total. Und jetzt, ach, zu Hause ist einfach alles so leer ohne dich. Ja, und ihr zieht euch schon wieder in der Spirale nach unten. Aber mal über das andere zu sprechen. Weißt du noch, damals, als wir uns kennengelernt haben, ach, das war ein toller Moment. Weißt du noch, als wir da am Strand entlang gelaufen sind, dieses kalte Wasser, aber weißt du noch, wie du in die Luft gehüpft bist, als das kalte Wasser deine Zehen berührt hat? Ja, ich weiß es noch ganz genau. Kannst du dich daran erinnern? Mal über die schönen Momente reden. Blendet mal alles das, was ihr gerade nicht wollt, aus und redet mal über das, was euch verbindet, wo ihr diese Wie-Momente, diese Wie-Time hattet, die euch so bedeutsam und wichtig waren. Du wirst merken, das hat eine ganz andere Wirkung. Sprecht auch bitte unbedingt über das, was schön war in eurer Beziehung und du setzt einen ganz anderen emotionalen Anker. Ja, das ist ganz wichtig. Emotionen, in die ich mich auch reinfühlen kann, in die er oder sie sich natürlich auch reinfühlen kann. Das bewegt natürlich sehr viel in einem Menschen. So, jetzt sind wir schon beim sechsten Kommunikationstrick angekommen. Was ist denn der sechste Trick? Mit welchen Menschen, mit welchen Menschen umgibst du dich denn am liebsten? Sind es die Menschen, die den ganzen Tag jammern und klagen, die die Gefahr überall sehen, die sich über die Politik, den Arbeitgeber, die Freunde, den Partner beschweren? Oder sind es die Menschen, die optimistisch positiv nach vorne schauen, die, na klar, auch sehen, was gerade nicht so gut läuft, aber ableiten können, wenn ich das so und so drehe, dann wird das echt gut. Das kriege ich hin. Also Menschen, die in der Positivität sind, die positiv reden, positiv denken und am Ende auch für sich positiv handeln. Ich glaube, die Frage, die Antwort liegt auf der Hand. Also werde auch du ein solcher Mensch. Werde du ein Mensch, der positiv denkt, der nach vorne schaut, der optimistisch ist. Und ich meine nicht die rosa-rote Brille aufsetzen und alles irgendwie schön reden, sondern zu schauen, was kann ich daraus machen? Kann ich aus dem, was gerade nicht so gut läuft, was Positives gestalten? Was könnte die positive Absicht hinter diesem oder jem sein? Und du wirst merken, du hast eine ganz andere Wirkung nach außen. Weil Menschen orientieren sich nämlich sehr gerne nach denen, die nach vorne schauen, die Lösungen suchen wollen, die positiv sind. Gejammert wird genug in der Welt, aber gelächelt zu selten. Super, das waren schon sechs sehr coole Kommunikationstricks. Und ich kenne dich ja wie bei uns im Coaching-Programm, wo wir immer overdeliveren und immer noch mehr geben und mehr geben und mehr geben, als was eigentlich versprochen war. Du hast bestimmt noch einen siebten Kommunikationstrick, oder? Und auf jeden Fall. Und zwar, weißt du, es gibt so eine Wechselwirkung zwischen Menschen. Und du hast das schon mal gemerkt, wenn du sauer bist und jemanden anmaulst und anmeckerst, dann tendieren Menschen dazu, ganz gerne auch mal zurückzumeckern. Vielleicht nicht ganz so laut, aber sie machen es ein bisschen leiser, manchmal auch ein bisschen geheimer. Du merkst aber, diese Energie, die multipliziert sich und kommt irgendwie wieder zurück. Und dieses Phänomen kannst du natürlich auch für dich nutzen, in deiner Kommunikation mit deinem Ex oder deiner Ex. Nämlich, wenn du, egal was passiert, und jetzt wirklich, egal was passiert, fühl dich mal da rein. Ja, da ist gerade das Schlimmste passiert und du bist freundlich. Du hast eine warme, offenherzige Art. Du redest immer noch wertschätzend mit dem anderen. Du blendest die Sachen aus und nimmst nur die Person, bist in der Wertschätzung. Ja, du bist freundlich. Und du kannst in dir selber ruhend auftreten. Dann wird dieses Verhalten von der anderen Seite gespiegelt. Und du wirst ein freundliches, warmes, herzliches, wertschätzendes, nettes und in sich ruhendes Individuum auf der anderen Seite haben. Und du wirst merken, dass alles das, was du rausgibst, an Positivität wieder zurückkommt. Deswegen achte darauf, wie gehst du mit ihr oder ihm um. Und wenn du in der Wertschätzung bist, kommt die Wertschätzung zurück. Das ist ein Spiegel. Das ist wie das Echo. Du rufst hinein und das Echo kommt mehrfach wieder zurück. Das ist mein siebter und wichtigster Punkt. Ja, alles das, was passiert ist, trenne das von der Person, bleib du in deiner Wertschätzung und wenn du angemault wirst, kannst du immer noch freundlich sein. Weißt du, ein Lächeln, ein freundliches Lächeln ist die stärkste Waffe, die du hast. Und dein Lächeln verbindet mehr als jedes böse Wort. Das ist mein wichtigster und siebter Tipp für dich. Bleibe wertschätzend, nett freundlich und in dir ruhend. Und wenn du dich gerade fragst, wie du das hinkriegen kannst, ja, dann kennst du unsere Antwort bestimmt. Dann schaust du jetzt in die Shownotes, klickst da drauf, vereinbarst dein erstes kostenloses Gespräch und wir begleiten dich genau dorthin. Wie du gestärkt aus einer Trennung herausgehst oder eine Beziehungskrise erfolgreich meisterst, verraten dir Felix Heller und Ralf Hofmann. Vereinbare jetzt einen kostenlosen Beratungstermin unter www.beyondbreakup.de